Ahoi und herzlich willkommen zurück! 937, links rechts links und ich musste trotzdem rauf gucken, weil ich mir das einfach nicht merken kann. Ich... keine Ahnung warum. Es sind drei Zahlen und drei Richtungen. Egal, wir haben uns ja aufgeschrieben, was wir machen müssen. Oh. Wenn der jetzt wieder aufsteht, ne? Ich hoffe, dass wir in dem Safe von den anderen, oh Gott, dass wir da denn unser Werkzeug finden. Weil wenn ich das richtig sehe, da müssen wir wahrscheinlich noch lang. Ja, hier irgendwas gehen. Und da können wir wahrscheinlich auch noch lang. Na gut. Ach Gott. Oh, die Rohrreiniger ist ja noch hinter der Tür hier. Ach, der ist da hinten. So. 937, links rechts links. Kriegen wir das schnell hin? 9 3 7 Was ist das denn? Äh. Das ist jetzt das letzte, womit ich eigentlich gerechnet habe. Warte mal, Rudi. Kann ich damit jetzt machen? Spezialzubehör für die G90 Pistole. Fügt der Waffe ein Visier hinzu, was eine höhere Zielgenauigkeit ermöglicht. Büchsenmacher. So, Rudi. Wäre dankbar, wenn du tot bleibst. Aber du bleibst einfach nicht tot. Stirb jetzt! Trau ihm nicht. So. Ein Speicherpunkt wäre gut, ne? Ähm. Wird durchsucht. Komplett durchsucht. Ah. Okay. Hm. Gut, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich irgendwas... Weiß ich. Nützliches bekomme. Für die Rätsel, die hier so auf mich warten. Wenn ich jetzt auf den schieße, ne? Geht er dann da vorbei? Das wäre echt gut. Wäre auch gut, wenn der andere da vorbeigehen würde. Aber der geht genau woanders hin. Komm, egal. Zwei Schuss für... Zwei Zombies? Ein Zombie? Ich weiß es nicht. Ist immer noch besser als drei oder vier. Höh! Kommt ja einfach die Treppe hochgelatscht. Geh weg! Nein! Okay, das funktioniert einigermaßen. Ich weiß nicht, warum... Kann ich die woanders hin setzen? Ich will die... auf der Eins haben. Wie mache ich das? Eins? Maus... Maus hat... Ich... Äh... Ich kann hier mit... Achso, warte mal. Kann ich die... Achso! Ja gut, das ist auch hilfreich. Dann brauche ich die Zahl nicht benutzen. Ach, Mist. Der rennt mir hinterher, ne? Ne, okay. Ich muss sagen, macht schon Spaß. Oh, 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 oh. Oh, nein. Wie viel Schuss habe ich eigentlich? Keine Regungen auf Messer im Arsch. Das, äh... Heißt ja tot. Glaube ich. Alter. Ah, Alter. One shot. Warum nicht immer so? Oh, da habe ich mich gerade verviert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der um die Ecke kommt. Wird... Löschschlauch. Ach, Moment, was? Achso. Ja. So eine Pflanze und so ein Löschschlauch. Nehmen beide denselben Platz ein. Okay. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Ich habe uns jetzt eine Flinte besorgt für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los, Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Da sollte sie verdiebend sicher sein. Wenn alles dem Bach runter geht, schneidet die Kette durch, übernutzt die Waffe. Ich bete, dass wir es alle heil überstehen. Ja, schon ein bisschen... Ich weiß nicht, makaber? Nicht wirklich, aber... Da wir ja gerade uns auch in einer... Zeit befinden, die unsere Generation so nicht kennen mit der Pandemie und so. Schon ein bisschen, äh... Ja, macht nachdenklich, was wir hier machen in dem... Spiel. Und vor allem, wenn man sich so anguckt, was die Leute so bunkern. Wichtige Objekte verwenden. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar benutzen. Das wäre jetzt komisch. Geht nicht. Ich habe jetzt zwar den Schlauch, aber bräuchte ich nicht trotzdem... Hier, durchschneiden, habe ich gesagt. Aber bräuchte ich nicht trotzdem irgendwie... einen Schraubenschlüssel oder irgendwas zum Öffnen von dem Hydranten? Während der Typ jetzt steht, ne? Dem ich vorhin... das Messer reingejagt habe. Was ist das überhaupt für'n Geräusch? Das Musik? Das ist mir egal, was das ist. Was ist das für'n Geräusch? Alter. Irgendwer hat sich da auf... scheinbar so'n 100er-Pack Schlösser gekauft. Kite Bros. Eisenbahn-Waltfahren. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Ah. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssten am Stellwerk die zu passen... ne, die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise noch eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Das heißt, ich muss die freiräumen... Moment. Ähm. Und dann muss ich die auch noch freigeben. Achso, ja, nee, ist klar. Checkpoint Charlie. Kostet mir eine Patrone. Finde ich nicht gut. Naja. So. Ja, Chemikerwitz. Jetzt schäme ich mich ein bisschen. Ja, ähm. Ähm. Wo kann ich denn noch lang? Wenn ich hier rauskomme, kann ich rechts nochmal lang gucken, ne? Ich habe mir, glaube ich, so eine gewisse Ungeduld antrainiert durch einige Spielen. Man kommt in einen Raum und sieht was und will das. Dass man erst rausrennen muss, irgendwas anderes holen und dann wieder zurückrennen. Das... Weiß ich nicht. Ist nicht mehr so. Also war früher gang und gäbe. Mach ich. Hier, ich, äh, hebe die Hand. Cool. Oh, 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 oh. Donuts. Man ist hier... Achso. Man ist sein Freund von Donuts, aber... Vielleicht liegt das an dem Donutladen. Oh, nein. Dicke Zombies. Ich höre doch ein Schnarchen. Nein. Nein. Sicher? Sicher? Ich bin mir sicher, ich höre was. Ich würde gerne irgendwie so ein rotes Kraut finden, damit ich... Ja, Platz schaffen ist ja auch Quatsch. Dann habe ich eigentlich den Platz nur ersetzt. Was braucht man dafür? Könnt man das nicht einfach nur so abdrehen? Und nee, nee. Oh, 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 oh. Das ist natürlich auch gut. Alles klar, die Flinten-Munition brauche ich noch nicht. So. Das kommt auch mal mit. Ich würde zu... Nee, das waren ihre eigenen Schritte, oder? Ich wollte gerade sagen, ich... Danke. Sie können Objekte im Invertar näher untersuchen, indem Sie sie auswählen und Untersuchung wählen. Manchmal entdecken Sie dadurch etwas, das Ihnen helfen kann. Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade beim Aufheben machen. Rotes Juwiel. Ein falscher Rubin. Offenbar so gefährlich, dass man ihn irgendwo hineinstecken kann. Habe ich noch nichts gefunden? Liegen wir weg. Brauche ich bestimmt im nächsten Raum. Keine Ahnung. Erstmal weglegen. So. Bitte speichern. Mhm. Die Musik ist schön. Die Musik war schön. Ich nehme das mal mit jetzt, ne? Bleibt ja liegen, sage ich euch. Kann ich die Tür wieder zumachen? Ja. Gut zu wissen. Ich traue der Dame nicht. Auch dir traue ich nicht, du altes Arschgesicht. Meine Güte. So eine Gegner finde ich einfach. Die könnten gerne alle so sein. Oder Kisten. Kisten finde ich auch gut. Ähm. Kombinieren. Oh. Ich kann die nur auf 60 stacken. Ui. Gehe ich da schon lang? Ich habe überlegt, ob ich jetzt erstmal zurück renne. Oh nein. Okay. Den geht gut. Weil wenn ich jetzt zurückgehe, kann ich ja gucken, ob ich das mit dem Schlauch schon hinbekomme. Da gibt es nichts, oder? Geh weg. Da ist ein Fass. Da ist ein Fass. Ich habe ein Fass gesehen. Los, Tom. Komm, ihr rennt zurück. Nein, jetzt rennt er mir hinterher. Ach, Mist. Gucken wir mal hier. Gucken wir mal nicht hier. Der kommt jetzt, der rett mir jetzt die ganze Zeit hinterher, oder was? Na gut. Das wird so eine Munitionsverschwendung hier. Ja, komm mal rein. Hallo. Ich schieße jetzt erstmal nur zweimal an, damit ich mit dem dritten Schuss sozusagen die flachlegen kann und damit dem Messer heraufgehen kann. Das war idealerweise, wenn sie in der Nähe sind. Sehr schön. Alles klar, Harry ist tot. Jetzt kommt er da hinten angelatscht. Ich glaube, der ist tot, ne? Nein, der ist nicht tot. Alter, was ist mit ihm? Ähm. Tür? Die haben das nicht so mit Türen. Boah. Shit. 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 Okay, ich geh mal wieder weg. Ah, nein. Hab ich dem die Mütze vom Kopf geschossen? Mist. Ich verbrat auch so viel von der Munition. Und die geben halt nix zurück, ne? Also das ist echt eine ziemlich einseitige Sache hier mit uns. Und hier liegt doch nix. Kann ich mal da in der Ecke gucken? Ah, da. Guck mal, da ist was. Ich überlege gerade, wie ich das am besten machen kann, dass ich so effektiv wie möglich mit der Munition umgehe. Aber ich denke, ich muss einfach einige abknallen und die werden hundertprozentig irgendwann dann wieder nachspawnen. Okay, das geht einfach so. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da. Da. Du hast das vergessen. Oh. Alles klar. Hm. Ich glaube, einmal Heilung reicht. Also ich hoffe, einmal Heilung reicht. Jawohl. Das heißt, damit müssen wir jetzt noch ein paar Sachen holen. Und ich speichere einfach bei jedem Mal. Das ist, äh... Man kann bestimmt einiges an Erfolgen oder ähnliches freischalten, wenn man wenig... Ist jemand hier drin? Weichert. Ne, ich hole erst hier eine Sachen. Übrigens kurze Randbemerkung, ne? Wenn man so ein Horrorspiel spielt, also das geht ja jetzt, das ist ja jetzt nicht so übertrieben sich für Horror. Aber wenn man so etwas spielt und Haustiere hat, die so dann noch krachen in meinem Mal machen. Das ist ja nicht sehr hilfreich. Hm? Ich habe nämlich gerade bei der Tür eben, ich habe nämlich von der anderen Seite hier aus meinem Raum noch so geraschelt und kracke gehört. Das war irgendwie im ersten Moment etwas schräg. So, ich räume jetzt mal hier oben aus dem Weg. Weil ich glaube... Nee. Blau. Also gibt es hier nichts mehr für mich. Ja, ne, dann seid ihr mir egal. Dann gehe ich weg. Tschüss. Ich dachte gerade, ich habe da irgendwas noch, was ich holen kann, aber... Dann nicht. So. Ich habe dir vorhin mit dem Messer in den Popo gebiegt. Da warst du... Hallo? Bestimmt, weil ich seinen Safe geplündert habe. Markus Maria profitlich. Leider auch zum Opfer gefallen. Ich dachte gerade, der steht schon wieder auf. Gut. Ist natürlich nicht Markus. Fand ich ganz lustig mit, Mensch, Markus. Pennt man das überhaupt noch? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob sowas überhaupt noch läuft. Äh. Ich habe zwar einen Fernseher... ...von da war die gekauft, aber da irgendwie kein Fernsehanschluss dran. Das ist mir jetzt so ein riesiger Trittmonitor. So. Dann holen wir erstmal ein paar Sachen. Da, 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 da. Da, und... Genau das wollte ich. Cool, dass er zurückgegangen ist. Das ist dein Schatz. Höh. Ja. Muss ich ja doch wieder Munition verschießen. Ist das eine Frau oder ein Mann? Das ist auch keine Frau. Dachte er, das wäre gerade so... ...so ein Mettler oder sowas. Gut, sie kann ja trotzdem auch Mettler hören, das ja, ne? Hm. Häh. Ich brauche so ein elektrisches Brotmesser. Mäh, mäh, mäh. Alles klar. Ja, doch, doch. Das hat, hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Zack. Wunderbar. Manchmal muss man dann halt auch Munition investieren, um Munition rauszubekommen. Aber leider weiß man halt vorher nie, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt, seitdem der andere Dicke aufgestanden ist, traue ich jetzt dem keinem mehr. Ich bin schon wieder erschrocken. Ich bleib einfach hier. Kann ich die auch damit jetzt? Nee. Das ist mit ihm. Warte mal, ist der andere noch da? Der liegt da noch, ne? Zumindest so aus. Ja. Konnte ich irgendwo speichern? Nö. Ja, ich würde es laut. Oh, oder auch nicht. Guten Tag. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Jetzt habe ich die Waffen hier. Kann ich die nicht irgendwie? Eins, zwei, shift, steuerung, eins, u, a, b, c, d, e. Ich weiß nicht. Shift gegen. Ah, Moment. Was? Hä? Ich bin mir noch nicht sicher. Das hätte ich gerne ver... Nee. Was? Ich will das Messer auf der Eins. Achso, ich bewegt... Achso, der wechselt die nur hier im Inventar. Ich komme mir gerade so blöd vor. Das muss doch irgendwie gehen. Das Messer auf 4 und vor allem, warum ist das auf 1? Na ja, egal. So, wir haben auch gar keinen Platz mehr im Inventar. Das heißt... Ich gehe jetzt erst mal zum Donutladen. Pack den ganzen Kram weg. Meine Tierchen sind voll laut. Und sind auch immer nur so eine ruckartigen Geräusche. So, bravap. Weiß gar nicht, ob das Mikrofon die mit aufnimmt. Ist, äh, ja. Nicht jedem empfehlen, der Horrorspieler spielt und findet die Zit nicht gruselig genug. Einfach noch ein paar Geräusche. Und ein Haustier mit einbinden. So. Ähm. Eigentlich will ich die noch gar nicht. Will ich mir so für Bosse aufheben. Das behalte ich. Und jetzt überlege ich gerade. Japp. Wo der... Der andere Platz war, der wo... Ich glaube, der war draußen. Die, wo ich meine gerade die Kette. Die... Die wir durchschneiden können. Also nicht die, da, wo wir den Bolzenschneider gefunden haben, sondern ich glaube, da drüben. Genau. Das war so krass. Ich bin jetzt trainiert. Ich kann das jetzt. Ich hab schon wieder eine Mütze auf. Oh, nein. Da haben wir einen Fass. Alter, wie viele? Da ist ein Fass. Tü, tü, tü. Eins. Hat das gereicht? Ich glaube, nach sowas stehen die nicht mal auf, oder? Obwohl der sieht noch... Nee, dem geht's gut. Alles klar. Das ist das hier. Gut. Das hat sich gelohnt. Ähm. Packen wir mal gleich wieder weg, und dann können wir... Da bollert irgendwer gegen irgendeine Tür. Donutladen. Achso, das einfache Schloss. Okay. Ich hör den immer noch. Ist hier? Einfache Schloss, Schreibmaschine, Inventarbox. Achso, das ist die Garage da, wo ich hin muss. Hö? Ich hab hier Pistolen-Monitor übersehen. Ich glaub, das machen die mit Absicht. Ähm. Back. Bestaunen, Bestaunen. Das ist okay so. Und nochmal speichern. Ich speichere hier ständig. Mir egal. So. Okay, dann werde ich gleich mal losgehen, und die anderen Sachen finden. Aber, das mache ich in der nächsten Folge. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib gesund. Und, und, dann. Ciao.